So schließe nun deine Augen und komme ganz, ganz im Hier und Jetzt an. Alles, was heute geschah, das darf jetzt gehen. Denn dieser Augenblick in der Jetztzeit ist wichtig und richtig. Denn du bist hier und du teilst dein Licht mit uns und durch jedes einzelne Licht wird das Licht verstärkt. So konzentrieren wir uns jetzt auf unsere göttliche Flamme, auf die göttliche Flamme der Liebe, welche in unserem Herzen wohnt. Und wir setzen den Fokus darauf, dass aus dieser göttlichen Flamme ein Strahl des Lichtes hinauf in die geistige Welt, in die Smarana-Energie eintaucht, um dort die Nähe Gottes zu fühlen. So fließt dein Licht in Gottes Felder der Liebe, verbindet sich dort mit dem Licht aus Gottes Lieber. Und es fließt von dort zu dir zurück ein Strahl des göttlichen Lichtes von Smarana. Lasse dich berühren von diesem Licht und spüre, wie du daran wächst. Lass es zu, dass dich dieses Licht im Innersten deiner Seele berührt und dehne dich nun mit diesem Licht aus. Du bist verbunden mit Gottes Liebe. Du spürst Gottes Nähe. Und du bist bereit, in deinem Bewusstsein dich zu erheben und zu erkennen, dass alles, was du tust, alles, was du sagst, Energie trägt. Es ist die Energie des Lichtes und der Liebe. Und so möchten wir nun zusammen mit diesem Licht der Liebe all das manifestieren, was dir gerade wichtig ist, was dir für die neue Erde wichtig ist. Und so bitte ich dich, dich auf das Finanzsystem zu konzentrieren. Manifestiere nun, wie das neue Finanzsystem aussehen soll, wie für alle Menschen Fülle in Hülle und Fülle vorhanden sein wird, wie Fülle auf allen Ebenen vorhanden sein wird. Lasse die Bilder vor deinem dritten Auge entstehen und manifestiere mit mir zusammen die Fülle auf allen Ebenen, die Fülle für Gesundheit, die Fülle für die Liebe, die Fülle für alles Wirken, die Fülle für alles Wirken, die Fülle für alles Materielle. Und jetzt spreche mit deiner inneren Stimme all dies aus und nach deinem Gefühl die Fülle noch dazukommen soll. Und so lassen wir nun unsere Visionen in unserem Herzen entstehen und die Bilder, wie die Menschen leben werden in dieser unendlich großen, schönen Fülle. ich gebe dir nun ein wenig Zeit, um zu genießen und zu kreieren, wie deine neue Welt aussehen soll. Wie es ist, wenn wir nur noch die Dinge tun, welche uns Spaß und Freude bereiten, wenn alles ganz leicht ist, Leichtigkeit und Freude und Frieden überall. ein wenig Zeit ein wenig Zeit estamos und in der Zeit auf und auch und in der und um Untertitelung des ZDF, 2020 Und so wie es sich für dich zeigt, so hast du es manifestiert und so verbinden sich nun unsere Energien zusammen und es entsteht eine ganz große göttliche Flamme der Liebe. Welche das Licht unserer Manifestation auf die Erde trägt, fülle auf allen Ebenen, fülle für alle Menschen. Ein neues Finanzsystem darf entstehen. Für das Große und Ganze mit uns allen zusammengewirkt hast. Aus dieser Dankbarkeit entsteht eine weiße Rose. Es ist die weiße Rose der Dankbarkeit. Sie leuchtet und sie steht genau vor dir. Vielleicht kannst du ihren Duft riechen und ihre Schönheit fühlen. Trage dieses Bild in deinem Herzen. Und erinnere dich daran, was du heute manifestiert hast. Und dann komme langsam in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Komme ganz hier an, öffne deine Augen und bewege deine Hände und Füße und lächle. Lächle, denn wir haben Großes zusammen bewirkt. Die Energien fließen nun über die Erde und sie verbinden sich mit allen Energien, welche dazu passen. Und etwas Großes kann entstehen. Und das ist die Idee, die Erde und 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 die Erde.